Ja, moin, hier auf meinem Channel. Das Bürgergeld wird erhöht, das Bürgergeld wird um 12% erhöht, das heißt man kriegt zum Beispiel 50 beziehungsweise 60 Euro, einige kriegen etwas weniger, ja Jugendliche und Kinder kriegen etwas weniger, aber Erwachsene kriegen bis zu 60 Euro mehr. Ja, das ist doch, das ist doch mal super. 4,8 Milliarden werden dafür freigemacht, 4,3 Milliarden zahlt der Bund dafür, Hubertus Heil, der Minister, der hat das so festgelegt, das wurde jetzt verabschiedet, ich glaube auch im Bundestag oder Bundesrat irgendwo wurde das ja verabschiedet, dass es mehr Geld, Bürgergeld gibt und die, die jetzt 500 Euro bekommen haben vorher, 503 Euro bekommen jetzt 560 Euro, glaube ich, über 560 Euro, das heißt das ist eine Erhöhung von 12% oder über 12%, ja, was sagt ihr dazu? Also die, die Bürgergeld kriegen, können gerne hier auch kommentieren und, also hier unter dem Video und die, die kein Bürgergeld kriegen und arbeiten gehen dürfen, auch gerne unter diesem Video kommentieren. Ja, also ich persönlich, ja, ich kriege, ich muss arbeiten, ich muss hart arbeiten als Musikproduzent, aber das macht ja nichts, das heißt, ich kriege nichts von der Erhöhung ab, aber die 4,8 Milliarden, die würde ich gerne nehmen.